Wahrscheinlich hätt uns den Dominos E 20 mal gefressen. Und weil hier auch gerade noch gesagt wird, ich frag mich ja, wieso sie nach so langem Spiel noch immer keine richtigen Waffen besitzen, weil wir das Material sparen für die Jurassic Park Shotgun. Ich möchte nicht irgendeine Random Shotgun machen, sondern ich möchte gerne die Jurassic Park Shotgun machen. Und die kostet eben leider auch ein bisschen viel Geld. Sattel, Tier, Sattel. Ja, PvP würd ich sagen, ne? Es sei denn, hier sind Mauern irgendwo, glaub ich aber nicht. Boss ist hier. Da siehst du mal, die haben sich bestimmt aufgeteilt und so. Ja, töten. PvP. Also der hier lassen wir erstmal in Ruhe, oder? Damit sie nicht merken, dass wir kommen. Ja, theoretisch. Sind wir denn jetzt hier an der richtigen Stelle, wo der Trike auch ist? Passt, ja. 55, 45. Ja, wir müssen genau in die Richtung noch ein Stückchen. Okay, dann laufen wir da mal hin. Vielleicht finden wir sie ja auf dem Weg dahin. Da vorne sind Dilos, glaub ich. Ja, da ist auch ein reitbarer Dilo. Einer von den Großen. Humukel Scorpius wurde getötet, der wurde geslamed. Lass uns mal hier rechts rum. Lass mal die Dilos in Ruhe, bitte. Lea, da vorne an der Küste ist der Indominus. Da, wo ich genau da in die Richtung bin. Ist das nicht unsere Insel? Äh. Das ist doch unsere Insel. Sind wir ganz sicher hier richtig, ja? Ja. Okay, gut. Sind auf der anderen Seite unsere Insel, ja, tatsächlich. So, äh, okay. Ich geh mal hier hoch, da hab ich ein bisschen den Überblick. Was? Vorsicht, da sind gefährliche Viecher. Oh nein! Kommst du zu mir? Ich schaff's nicht mehr. Bin gleich tot. Ah, toll. Ich seh keinen Trike sonst, war sicher, dass der nicht Teil von dieser Gruppe da war? Die wir da gesehen haben? Aber warte mal, hier ist ein Trike, direkt vor unserer Tür. Eigentlich. Hast du ihn getötet? Der ist tot, ja. Hier sind ganz viele Trikes, wo ich gerade bin, bei unserer Bucht. Da, wo wir unsere Perlen immer holen. Vielleicht ist einer von denen die Re-Sighting. Glitzert der hier nicht? Nee. Jetzt mal meine Rüstung reparieren. Nee, die sind alle Low Level. 20, 20. Stimmt, das sind die, die wir gerade schon gesehen haben, ne? Ja, aber es muss einer von denen sein. Moment mal. Ich weiß nicht, wir müssen mehr in diese eine Richtung, da rüber. Aber, aber da ist ja nicht mehr viel Land. Wir brauchen Stein. Wir müssen eigentlich an die Kante gehen. Ja. Aber da, äh, wo, 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 wo lang jetzt? Hier lang? Oder hat Zosteen jetzt irgendwo hingelockt? Das meine ich nämlich auch gerade gleich, dass Zosteen einfach weggemacht hat. Aber da müsste die Meldung halt, ne? Der nicht getamed, sondern weggelockt. Nee, weggelockt. Ja, ja. Ich meine ja auch, die Meldung, dass hier, wo er sich befindet, die ändert sich ja auch mit, wenn das Viechwander ist. Echt? Ändert die sich mit? Glaube schon. Bei deren Tier steht hier halt einfach im Wasser rum, ne? Mhm. Warte mal, da habe ich da hinten den Lauf sehen, oder ist das Ritzi? Ja, ist Ritzi, okay. Petri! Äh, warte mal, Ari, müssen wir umkehren, schnell. Oder? Ja, Ozi, komm mal her. Ich bin schon da. Töter S, bevor es Eier legt. Hm. Könnte es sein, dass Zost vielleicht den, äh, Zweig einfach auf die andere Seite gezogen hat? Ja, auch mit dem Floß, habe ich auch schon überlegt. Oder wer auch immer, oder wer auch immer da dran ist, also. Na, Zost wahrscheinlich, wenn deren Tiere hier stehen. Ja. Ja, 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 dann, äh, lasst uns das doch mal versuchen, ähm, wir können ja mit den Raptoren mal schnell rübergucken. Von Piranhas auch im Wasser, ne? Das Viech wird auch gerade von Piranhas gefressen. Ja, dann lassen wir das einfach, dann lassen wir das einfach von den Piranhas zerlegen, dann gibt's keine Todesmeldung, dass wir das waren. Das ist gar nicht schlecht. Na, scheiße. Kannst du da rüberspringen? Klappt das? Hm. Ansonsten schnell an Land holen, irgendwie. Ich glaube, das wird nichts. Ich glaube, wir müssen das rüberholen. Warum ist das so weit im Wasser? Das weiß ich nicht. Habe ich nicht am Strand gepaart? Ich dachte eigentlich auch, vielleicht war es ein Leck. Ich glaube, das ist nicht unser Haft, was wir mitgenommen haben, weil da hinten links war, glaube ich, gerade noch eins. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Das ist nicht unser Raft. Das stellt sich die Frage, wessen Raft ist es? Der wird gerade von Piranhas zerlegt, der Raptor. Ja, wenn der mal nicht so doof wäre und dann rauskommen würde. Ach komm jetzt, ist das dein Ernst? Jetzt einfach da rauf und hol ihn raus. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Er rennt zu dir. Sollen wir mal rüber? Ja, wir gehen jetzt da einfach rüber. Aber 45, 55 ist doch eh auf der anderen Insel und nicht auf der hier. Echt? Ja. Ich habe ja mehrfach gefragt, ob wir auf der richtigen sind, ne? Ist er doch eigentlich... Warte mal, 45, 45, ja? Nein, 55, 45. Das ist auf der anderen, das ist gegenüber. Das ist direkt gegenüber. Wollen kann ich mit dem Rex nicht, oder? Ne. Aber da war noch ein Floß, glaube ich. Das ist, glaube ich, das Floß, mit dem wir rübergekommen sind, eigentlich. Wie das Zost hier jetzt tot ist. Wo ist denn da hin? Lass uns mal nicht zu dem Rex fahren. Lass uns mal woanders hinfahren. Nicht zu dem Rex, bitte. Sonst kommt gleich der Rex und macht unser Floß wieder kaputt. Wir sind da oben irgendwo. Wir können ja schon mal mit den Raptoren ein bisschen scouten, bis Ari dann da ist mit dem Rex. Aber wo ist denn unser Floß? Ich dachte, da müsste noch eins gewesen sein. Ja, da sollte eigentlich noch irgendwo da an der Küste, da müsste eigentlich noch eins sein. Oder nicht? Wenn da keins ist, dann... ...kommen wir gleich nochmal rüber und holen dich. Ich muss erst mal schauen, ob hier überhaupt nur ein Rear Sighting ist. Hier ist kein Floß. Ja, hier ist kein Floß. Muss ja irgendwo hier oben sein dann eigentlich, oder? Ja. Ich sehe keinen Trike hier. Bistens da zwischen den Bäumen vielleicht? Ah, Jurassic Park und Zertops 55, 45. Ist immer noch dieselbe Stelle. An sich. Du suchst da jetzt auch schon, oder? Nee, ich schaue gerade, ob ich Ari wollen muss. Achso. Ja, musst du. Hier ist kein Floß. Oh scheiße. Okay, Giga. Hat er mich... Er hat mich, oh Gott. Schnell weg. Also ich hechte jetzt einfach mal schnell hier so ein bisschen durchs Unterholz und schaue mal, ob ich irgendwo einen Trike finde, der den Anforderungen gerecht wird an ein Rear Sighting. Also hier unten ist ein Skorpion. Skorpion. Skorpion sind hier. Oh Gott. Sind das die Koraptoren, oder war das Archie? Ich glaube, ich habe das nicht genau erkannt. Ich kann, glaube ich, nicht fahren, oder? Was? Jetzt kann ich. War ein Stück Holz im Weg, glaube ich. Wo, 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 wo sind die Rear Sightings? Wo sind sie? Wo ist der Trike? Da sind Spinos, Teris, Giga ist da auch am Strand. Alles das, wo ich jetzt eigentlich keinen Bock drauf habe, so richtig, wenn ich hier alleine bin. So, wir sind da. Ihr seid da? Okay, ich versuche mal zu eurem Spot. Du sehst einen Interrupter? Also ich habe jetzt hier so an sich keinen Trike gesehen. Also beim Durchrennen hier. Das müsste da oben, glaube ich, sein, wenn es noch dieselben Koordinaten waren. Ich bin nicht so schnell. Ich will noch schon mal kurz gucken. Da bin ich schon hoch, da hinten. Also da rechts bin ich schon hoch. Hier bin ich noch nicht rein. Ich habe hier aber keinen Trike von oben gesehen. 55, 45, ne? Über dir ist ein Giga, ne? Pass auf, der hat eine große Aboein. Ja, genau da Richtung Giga ist das eigentlich. Ja, aber da war nichts. Ich war da oben schon. Da ist kein Trike. 55, 45 kam gerade wieder die Meldung. Der ist wenn dann irgendwo im Umkreis. Und hier hinten habe ich auch eigentlich schon geguckt. Der muss wenn dann hinter dem Berg sein irgendwo. Also so Richtung diesen Felsnadeln da. Oh, hier ist ein Trilobit. Bist du Metallfarm leer? Nee, das Steine hattest du halt auch gesagt. Genau. Das ist jetzt hier, ey. Oh Gott, das kommt nie an. Ameisen! Da kannst du ihn viel tragen. Und Skorpion. Ah! Wo seid ihr denn jetzt hin? Äh, weiter geradeaus. Geradeaus, ja. Ich glaube, wir müssen eher so ein bisschen uns rechts halten. Rechts um den Berg rum. Ja, ich bin irgendwie so auf dem Berg drauf, so halt. Ja, hier war ich nämlich schon. Hier ist nichts. Wir müssen... Mal da links. Was ist da? Diplos oder irgend sowas. Was seid ihr denn? Ich bin jetzt nach rechts abgebogen, zu der Felsnadel. Da bin ich auch. Was ist denn eine Felsnadel? Naja, diese großen Teile, die sich in den Himmel ragen und die aus Felsen bestehen. Ach Gott. Ich habe hier einen Felsgang. Der Felsgang ist auch interessant. Ich glaube nicht, dass da ein Trike ist. Ah, ich sehe euch. Irgendwen. Was müsste hier in dem Umkreis sein, auf jeden Fall? Der Steine steckt sich bestimmt irgendwo im Unterholz, sodass wir ihn gerade nicht sehen können. Nami, die Steine brauchen wir für Polymer bestimmt, ne? Polymer und Cementing Paste. Genau. Sowohl als auch. Und für Zündpulver, um Schießpulver machen zu können. Hier unten sind Trikes. Am Strand sind Trikes hier unten. Ich sehe aber nicht, ob da einer... Da wird einer wieder vom Giga angegriffen. Oh, zwei. Zwei werden vom Giga angegriffen. Ich sehe hier auch ein paar Trikes, aber sie glitzern nicht. 175. Er ist unten beim Giga. Er ist unten beim Giga? Okay, dann müssen wir uns jetzt alle runter springen lassen, runterfallen lassen. Ihr seid da am Strand jetzt unten? Ja. Also einfach rechts rum. Da sind mehrere Gigas, das schaffen wir nicht. Der ist gleich tot. Ach, scheiße. Und wieder. Ja, wieder mal ein Giga. Vielleicht sollten wir doch farmen. Ja. Der Giga ist aber fast tot hier. Ich versuche jetzt nochmal was. Ja, der hat den Giga geschafft. Er hat den Giga geschafft. Ich logg die anderen Viecher jetzt mal weg. Zu den anderen Trikes. Wie ist denn der jetzt da runtergekommen? Na, ich bin gesprungen, habe ich doch gerade gesagt. Nein, scheiße, der Rex schreit ja. Oh, kacke. Nein, ich bin tot. Den Giga. Könnt den Giga ganz einfach töten. Der ist schon down, der ist low. Ihr bist nur unter. Die fährt super. Schon wieder Carbonem ist gezähmt. Ja gut, dann versuche ich mich mal da wieder hin zu bewegen. Ich versuche jetzt einfach, mir das nächstbeste Raft zu schnappen und versuche da jetzt einfach hinzufahren, nackt. Ach, der Strike ist das fast tote hier, ne? Ja. Da ist schon wieder ein unsichtbarer Kano daneben, oder so. Pass bloß auf, die Viecher machen übelst Damage. Ja. Was für ein unsichtbarer Kano. Warum sind die denn unsichtbar? Ja, guck mal auf das Strike, da siehst du doch so eine Silhouette von irgendeinem Vieh. Ich weiß nicht, warum die unsichtbarer Kano sind. Und wenn du mit einem Fernlass reinguckst. Die kleine Silhouette. Ja, wobei mit dem Fernlass tun sie es auch nicht. Da steht schon wieder so ein durchsichtiger Kano, direkt da vorne. Kannst du den hier machen? Kannst du den da hinrenzen? Ähm. Das Gammelfleisch braucht er? Weiß nicht. Ich könnte, aber ich... Für Bates höchstens. Der tut halt weh. Wie viel Schaden macht er denn? Kann ich den töten mit dem Rex? Ich denke schon. Oh Gott, hier sind ganz viele Raktoren, ey. Er ist halt hier vorne. Er beißt mich halt... Ich muss direkt nah rangehen, ne? Oh, du hast Freunde gefunden. Ich hier vorne? Meintest du den? Ja, also, nein. Ist unsichtbar? Nee. Der hier vorne ist unsichtbar. Ich könnte versuchen... Der da? Der ist doch nicht unsichtbar. Nein, da links daneben ist was unsichtbar. Unsichtbar ist. Ich seh nichts unsichtbares. Das ist auch gut. Es hat unsichtbares so an sich, dass man es nicht sieht. Töte es. Mach auf, mach auf. Scheiße. Hier, hier ist er noch. Da ist doch nichts. Da ist was. Geh halt mir ein. Shit. Okay, jetzt häng ich mit dem Raptor zusammen in der Tür. Danke dafür. Ah, jetzt seh ich's. Aber der Track ist in der Nähe. Den kann ich nicht angreifen. Warum haben wir eigentlich nicht das bloß mit den Schlafsäcken? Moin. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo das war. Der ist anscheinend direkt vor der Küste. Ähm, draußen vor der Tür. Siehste? Ich hab nichts. Es war festgebackt. Ich hab's gefressen. Sehr dank. So, den Direkt rechts müssen wir uns mal vornehmen. Wer zieht? Auf geht's. Wer vermisst noch ein Fernrohr? Äh, ja, das könnten wir mal vielleicht in Angriff nehmen tatsächlich. So als kleine Info hier, dass wir mal ein paar Ferngäser brauchen. Ja, nein, ich bin gerade in letzter Sekunde mit rein in die Range. Was soll denn das? Bitte? Was geht's? Ob ihr Fernrohrer braucht? Oh, dass die Tiere noch länger gestanzen sind. Ja, das meinte ich ja gerade. Das wäre eine gute Idee, wenn wir mal ein paar Ferngäser brauchen. Wie viele brauchen wir? Wir sind da los. Naja, für jeden mindestens zwei. Also wir sind sechs Leute. Den schon angelockt? Mit Futter. Ich hab ihnen schon was hingeworfen, aber... Ah, jetzt. Jetzt. Hier ist kein Raft. Aber hier hatte ich gerade Respawn-Punkte. Wieso ist hier kein Raft, wenn ich hier Respawn-Punkte hatte? So, der Giger wurde von dem anderen Track da hinten fertig gemacht. Oh, der hat ihn ein bisschen verwirrt. Und, funktioniert's? Das ist ein Temel, geist du? Ja. Okay, sehr gut. Gesundart. Was versucht ihr gerade zu ziehen? Ja, den Track. Den Track? Hat das jetzt funktioniert, ja? Stimmt, ihr müsst ihm ja keinen Schaden machen. Haha, dann klappt das dann. Wieso sind jetzt hier Armeisen? Ja, sie ist kein. Und der Raptor ist bestimmt auf der anderen Seite. An der Tür. Ja, und Spaß zum Floß zu kommen mit dem. Oh, da ist der Raptor. Ist hier überhaupt noch ein Floß? Aber hier ist gar keins mehr. Tolle Wurst. Ganz viele hässlichen Viecher sind hier. Wir haben ja keine Flöße mehr hier. Scheiße, okay. Ah ne, doch da hinten plöppst du noch eins auf. Und wisst ihr, was wir nach dem Troll machen? Wirklich fahren. Weil dann können wir das gleiche machen, wie die losziehen und ganz viel zählen. Wir brauchen Kristalle. Kristalle gibt's im Wasser in der Bucht. Ja, hol ich gleich. Ja, wir fahren jetzt auch, wir fahren jetzt mal ganz viel. Wir brauchen Waffen, Ausrüstung. Ich hab' einen Floß mit Schlafsack. Voll der Luxus. Hm. Ich versuch' jetzt zu euch zu kommen. Mit Schlafsäcken. Ich versuch' zu euch zu kommen. Jetzt muss ich noch mal schauen, wie ich das anstelle am besten. Wieso kann ich jetzt auf dem Floß eigentlich keine Map angucken? Ah doch, das geht, okay. Bin jetzt grad nicht reagiert. So, die Ferngläser, acht Stück an der Zahl. Mehr konnte ich jetzt nicht machen. Sehr gut. Oder? Reicht ja erstmal. Ja, das ist ja genug. Oh, doch, warte, ich kann mir das anmachen. Ja, es reicht ja erstmal. Leder gefehlt. Sind im Rüstungsschrank. Sehr gut. Wunderbar. 45, 45 war das ja, ne? Dann muss ich da hin. Und ihr seid ja noch am Strand wahrscheinlich, oder? Ja, ja. Okay. Hoffe, ich kann ihn schon ein bisschen Richtung Floß locken. Ähm, wenn wir dann rüberfahren, könnt ihr mich nochmal absetzen auf der anderen Insel, dann kümmere ich mich mal um die Tiere von Zos. Merkt es euch jetzt wirklich farmen? Ist halt zu geil, ne? Oder sollst du das mal schnell machen, die Tiere von Zos wegmachen? Ja, lass doch die Tiere von Zos erstmal da, die stören doch erstmal nicht. Wo denn? Sonst weiß doch Zos, was wir machen. Wo sind denn Tiere von Zos? Na, da ist das Vieh im Wasser und die, ähm... Das ist doch schon tot. Das ist schon längst tot. Wenn du dieses eine da meinst, was da gehangen hat, das ist schon längst tot. Wird von Piranhas gefressen. Genau. Piranhas mögen keine Tiere von Zos im Wasser. Du zieht doch die Augen auf, ne, weil ich den mal wieder hochfütter. Jetzt fehlt nur noch der Lysichtes und das Karma nimmt seinen Lauf. Den Raptor können wir auch noch suchen, theoretisch, ne? Nein, wir fahren. Bist du schon? Ja. Ich meine nur, der ist halt direkt auf dieser Insel. Ich hätte nur die Bitte... Ja, aber wohnt nicht Zos auf der Insel? Könntet ihr denn in Dominos entweder entfernen oder zähmen oder irgendwas in diese Richtung? Ja, wir können das jetzt nicht, weil wir gerade ganz woanders sind. Ich meine ja, wenn ihr da seid. Wenn wir da sind, zähmen wir den Dominos und dann fahren wir. Klappt aber auch erst dann, wenn ich mein Zeug wieder habe, weil da ist nämlich die eine Trophy noch drin, die wir dazu brauchen. Ich habe drei Trophys dabei. Okay. Ich hätte das trotzdem gerne wieder, mein Zeug. Ja, das stimmt allerdings. Und warte mal, habe ich nicht Trophys bekommen vom Rex gerade? Naja, nee. Du hast Arme bekommen, aber keine Trophys. Wir müssen erst mal Trophys draus machen. Ich habe keine Arme bekommen von dem Rex. Keine Arme, keine Kekse. Wie ist der Plan für heute? Kommt noch was anderes? Wir wollten farmen. Ja. Also wenn die Frage ist, ob noch andere Spiele heute kommen, dann muss ich leider sagen, nein, heute kommt nur Arcworld. Da hinten kommt was. Ja, nee, ich komme hier, ne? Hallo. Ein nackter Mann, sehr gefährlich. Ein nackter Mann. Nee, 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 da hinten, da hinten. Ach da, kommt ein Giga. So, jetzt muss ich mal gucken. Wo bin ich gestorben? Das war doch hier irgendwo, oder? Er folgt mir. Was zu essen? Oh, da hinten, da wo die Viecher rumlaufen. Okay, der Giga ist gerade mit den Trikes beschäftigt. Ich versuche jetzt mal schnell mit der Mette da hinten zu sein. Gut, läuft. Machen die Trikes denn auch wieder? Ja, ich hoffe, die schaffen das. Der Trike hat sich schon auf Half-Life gehealt mittlerweile. Die schaffen den echt? Guckt euch das mal an, meine lieben Freunde. Das ist nicht der erste Giga, den die platt machen. Ich mag dieses Geräusch nicht, was ich gehört habe hinter mir. Du meinst, sie kommt nicht? Ah, Zos ist glaube ich hier. Sie haben auf das Trike geschossen. Oh, oh, was? Irgendjemand hat auf das Trike geschossen gerade. Mit welchen Waffen? Long Neck. Da oben steht einer, ja. Ach man, die sind doch echt... Au, die haben auf mich geschossen. Ja. Wo ist oben? Da oben? Ach da, wo das Tier ist. Wo wir runtergesprungen sind. Ich kann mit Long Neck nicht mehr schießen. Nicht ohne Skow. Ich habe keine Long Neck dabei, leider. Au, die schießen auf mich. Ihr könnt gerne machen. Ich werde abgeschossen. Lauf einfach. Versuch dich zu bewegen. Versuch dich einfach irgendwie zu bewegen. Wonach sieht denn das aus, was ich hier mache? Das kommt hier ein scheiß... Inz. Ich werde von Kompis... Oh, shit. Können wir nicht den Trike einfach noch ein bisschen weglocken? Ich schieße immer noch auf mich. Wie weit ist denn der Trike? 77%. Okay. Ich habe hier jetzt nochmal gedinkt. Warum lädt er denn jetzt hier dem Bogen nicht nach? Bei mir lädt er dem Bogen gerade nicht nach. Einmal ausabwählen und wieder neu auswählen. Das ist ein komischer Bug. Der Trike rennt davon. Sie schießen immer noch drauf. Er ist bei 97%, der Trike. Dann müssen wir ihn nur wegziehen, wenn er gleich fertig ist. Sie schießen die ganze Zeit. Die haben, glaube ich, Silence-Dinger dabei. Nein, noch doch nicht direkt wieder dahin. Silence-Longlegs gibt es doch gar nicht. Kannst du Silence da draufpacken. Echt? Gibt es das? Ja. Das ist ja krass. Ich möchte dich streicheln. Einmal noch. Nein! Jetzt versuchen sie auf mich zu schießen. Ich sehe sie da oben liegen. Ich habe auch mal auf das Viech geschossen von denen. Ich habe halt keine Longneck, verdammte Scheiße. Ich habe eine. Hast du dein Zeug wieder? Keine Chance, sie treffe ich da oben nicht. Das ist halt alles kaputt durch den blöden Giga. Das ist halt alles kaputt durch den Blöden.